Ja, guck auf die Titel. Ja, du kochst dann nämlich in der Sauna, ne? Ja, klar. Ist sie sicher, dass wir den richtigen Parkplatz hören? Da vorne ist nämlich noch einer, ne? Ja, guck auf die Titel. Ja, guck auf. Ja, guck auf. So, da vorne ist es schon klar. Ja, guck auf. Ja, guck auf. Ja, guck auf. Ja, guck auf. Ich gehe bei der Aufmerksamkeit. Das ist ja kein Aufmerksamkeit. 250 Euro, wenn man Investitionen Löffler kann und dann ja doch mal bezahlt, oder? Ja. Aber du kochst dann immer wieder Sauna, ne? Ja, klar.